Ja, liebe Untertrende-Wahl, es läuft hier beim Bauer-Hausi. Ich bin am Kartoffelroden. Gestern hatten wir ca. 30 mm Niederschlag. Und heute Morgen haben wir gewartet, heute Samstagmorgen. Und jetzt, diesen Nachmittag, gestartet mit Roden. Und es war vielleicht gut, den Morgen zu warten. Es ist noch nass. 2,5 Std. Kilometer, 450 Satellen umdrehen. 1300 Motoren umdrehen. So fahre ich im Moment. So fahre ich im Moment. So fahre ich im Moment. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, gerendet. 2,5 km. Ja, liebe Helferfreunde, das ist irgendwie das Bild nicht mehr scharf. Da muss ich wohl die Linse geputzen. Ja, liebe Helferfreunde, heute Mittag muss ich da ein bisschen schnell Mittagessen. Und das Kaffee bleibt auf der Strecke. Aber ich habe immer in der Maschine Kaffee bei mir, dass ich während dem Fahren kann ich dann gemütlich ein Kaffee trinken. Und das braucht man doch nach dem Mittagessen, ein Kaffee. Da geht es auch gut, Kaffee trinken. Wir haben hier eine konstante Geschwindigkeit, 2,5 kmh. Der Boden ist unproblematisch. Ich fahre diese Geschwindigkeit ohne gross da längsamer oder schneller fahren zu müssen. Kontrolliere nur in meinem Bildschirm, was da hinten abgeht auf dem Roders. Das ist ein Kaffee für den Hausier. So, Samstagabend, halb 8 Uhr. Der Ofen ist angeheizt und es gibt Pizza bei Bauer Hause. Und zuerst trinkt er ein herziger Bier. Prost, liebe YouTuber. Das beste Bier. Jawohl. Mal in den Ofen rein. Pizza bei, ich weiss doch nicht wie viel, 300 Grad. Oh, mehr Pizza. Kann man da rein. Wie viel hat die? 290 Grad. 290 Grad, ja. Sehr gut. Du hängst auf, was reinholt. Du hast nicht mehr viel rum. Aber schöne Glut. So, die Pizza werden gewendet und wieder rein. Reingeschoben. Ich brauche auch schon noch ein paar Minuten. So, jetzt nach den Pizzas haben wir noch 2 Brote rein geschoben. 220 Grad. Ja. Hier ist weiter Pizza essen. Ha ha ha. Ha ha. Hö ha. Hö. Hö. Hö.